Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal ob ihr Glück oder kein Bindes bin, wir spielen wieder Rogue Company. Ja, kein Problem. Oh, okay, wem haben wir denn alles hier mit drin? Mal gucken, was wir für einen Pinger haben, verdammt nochmal. Ah ja, der Spiel ist doch irgendwie schon bekannt, dass es lebt, oder? Oder liegt das nur an meinen... Erfütterungsgranate, Blendgranate, Erfütterungsgranate, Blendgranate, ihr Supernehmen, Erfütterungsgranate. Yes, cool man. Er danst einen, er danst sich einen, sagt man. Die Karte ist glaube ich neu, also für mich neu, ich hatte die noch nie. Sieht aber sehr schön aus. Wo ist der Point? Der Point? Hier? Hier unten? Okay. Boah ey, ich denk so, ja vielleicht hört man mal jemanden, ne? Dreh mich um. Bischuss! Okay, fängt gut an, fängt sehr gut an. Na komm schon, zeigt euch! Was war das denn? Warum haben die einen Bummen gemacht? Kommen die denn her? Alter, warum ist es so schwer zu treffen? Er kommt zu mir. Oh, zu spät. Also meine Waffe hört sich ja richtig bösartig an, auch wenn sie nichts bringt. Hä? Nein! Alter, er ist zwei Kills, das gibt's doch nicht. Also vom Klang hört sich die Waffe richtig bösartig an, richtig laut ey. Gutes Zeichen, äh, wie man hier sieht, nein. Ich geh mal hier rum. Joa, hinten rum, ne? Das gibt's doch nicht. Einer hat die gleiche Idee. Oder ein Spiel hat die gleiche Idee. Was? Warum kann ich nicht 90% aller Scheiße, eh? Ego-Shooter, rechter Stick reindrücken, zuschlagen. Das gibt's hier gar nicht, ne? Nö. Warum auch? Ich will das schon so lange und jetzt merke ich, ey, man kann ja gar nicht zuschlagen, ne? Also nicht mit rein drücken. Okay, mein Team hat gut dominiert. Sehr schön, sehr schön. Kommen die jetzt von der anderen Seite? Ja, ich glaube hier schon, ne? Ja, wir haben die Seiten. Oh, wir haben die Runde gewonnen. Ich wollte sagen, wir haben die Seiten getauscht, aber sehr schön. Wir haben die Runde gewonnen. Aha, ist das geil. Okay, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ja, doch, ich brauche die Erholung. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Hm, sehr schön. Wir haben den gleichen Startpunkt. Die gleiche Seite. War's schon. Da ist niemand. Warum? Ah, die sind alle bei mir. Ah, mein Team ist über das Dach. Sehr schön. Ja, klar, ich hab das... Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ah, ich höre jemanden. Minecraft? Achso, nein. Ey, ganz ehrlich, die cheatet doch. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Die Person wusste genau, wo ich bin und hat sofort geschossen. So, hä? Ich werde zu alt wieder spielen? Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Mein Team ist aber irgendwie das Bessere. Wie kommt das? Ja, ey, ich visiere zu weit vorne an. Richtig, aber ich komme auch nicht rüber. Also, mein Team bin ich der schlechteste Spieler. Okay, wir haben unseren Cheater gefunden. 23 Abschüsse. 23 Abschüsse. Jo, Mann. Da habe ich die Granate gar nicht hingeboren. Hä? Wo kommt der denn her? Okay. Was war das denn für eine Runde? Wir gewinnen. Alter, ich habe die besseren Spieler im Team, also... Kann man auch sagen, die besseren Cheater, aber... Jo, wenn jetzt mal so... Ja, 100% ne? Ich entferne mich mal von meinem super Team. Ich habe auf jeden Fall ein extrem gutes Team. Cheater. Keine Ahnung. Es gibt nur Brogamer. Sorry. Und ich bin der schlechteste. Neue Karte sieht gut aus. Jo! Woher wussten die beide, dass ich hier bin? Oder er? Hä? Warum hat er sich zu mir umgedreht? Er schleicht mit dem Blick nach vorne. Und nein! Er dreht sich nicht um. Okay, mein Team ist cool. Ich treffe schon wieder nichts. Willst du mich verarschen? Ich treffe schon wieder nichts. Kann man langrutschen? Ähm, ja, also ich versuche es zwar. Aber es klappt nicht. Also ich bin wirklich der schlechteste in meinem Team. Okay, nicht ganz. Ich habe noch jemanden, der genau so scheiße ist von den Kills her. Von den Kills her. Von der Sterberate, keine Ahnung. Aber wir rasieren. Ey, ist das heftig. Wo ist der Gegner? Der hat nur ein Ticket. Alter, was rasieren die Leute bei mir? Alter. Noch drei Gegner. Noch zwei Gegner. Noch ein Gegner. Yes. Okay, eine kurze, knackige Runde. Und... Ich habe 13 Kills. Okay. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen guten Morgen. Und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace! Tschüss!